Naja, man kann sich eben nichts außer ein T-Shirt und die Hose habe ich jetzt auch ganz billig gekauft. Ich habe Schneiderin gelernt und da habe ich auch etliche Jahre gearbeitet. Oh, ich bin genügsam, ich brauche nicht angeben, wenn man ja doch meistens zu Hause ist. Da bleibt nichts, da bleibt nichts. Nein. Sie haben sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung und damit, ja die identifizieren sich eigentlich auch schon damit, mit der ganzen Situation und sagen dann, na gut, dann muss ich eben halt ein bisschen kürzer treten. Wir haben ja auch die Möglichkeit, oben in einer Kleiderkammer, wo sie halt auch für wenig Geld, für eine kleine Spende sich dann Kleidung kaufen können. Dass der, der sein Leben lang gearbeitet hat, auch entsprechend Rente kriegen sollte. Das ist nicht elektrisch, ja. Das ist ein Weg von zehn Minuten, da habe ich eine Stunde gebraucht bei mir da im Kreis. Ne. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön.